hier einen wunderschön prächtigen herzlich willkommen bei factory manager simulator ab das von entwicklern ja ein key geschenkt bekommen erst mal für ihn dafür und ja dann würde ich sagen fangen wir auch direkt an wir werden gleich von unserem opa vater was auch immer gleich die fabrik erben ja und dass man hier blablabla ist doch alles wissen auf englisch da ja jetzt haben wir ein key bekommen also ein schlüssel zur fabrik müssten erstmal jetzt rüber dümpeln zum fabrikverkäufer oder wie der deb auch heißt keine ahnung ich habe das nämlich auch schon mal ein bisschen angefangen ich würde auch eins machen glaube ich dass ich ja schon ein bisschen weiß wie das ganze geht würde ich nämlich erst mal einen kredit aufnehmen und zwar haben wir hier oben auch einen pc wenn der mal angehen würde und dann können wir hier auch bankdarlehen annehmen dann nehmen wir mal 50.000 und dann wird jeden tag 500 oder ich glaube 500 im abgezogen weil wir brauchen dementsprechend natürlich wie es seit der name sagt wir haben eine eigene fabrik müssen das managen werde das gedacht na so hier kann man jetzt hardware kaufen wir haben eins haben wir schon mal dass sie metallplatten maschine dann mit teil stangen ich muss mal kurz gucken mit dem maschinen anforderung da und zwar will ich mir nämlich metallstühle bauen das heißt ich brauche eine metallplatte und eine metallstange diese wiederum dazu brauche ich natürlich ja eine presse für metallplatten und dann eine presse für metallstangen das heißt ich muss 1 für metallstangen holen 1 für den stuhl dann hätten wir schon mal eins zusammen also ein produkt was hat auch viel so gesehen verkaufswert hat nein schrauben maschine nein metallrohr einmal und metallstuhl werkbank da haben wir schon mal alles zusammen und dann dauert es ein bisschen das ist ein kleiner automatismus das heißt wir müssen erst mal nichts machen das einzige was wir machen müssen ist halt so gesehen die maschinen aufzustellen die mitarbeiter zu bezahlen man kann auch irgendwie security anhauen hier links haben wir so gesehen die zwei fahrzeuge immer noch kaufen kann erst mal fahren wir natürlich wieder pick up vom vater oder unseres auch wie auch immer und jetzt fahren wir nämlich zum fabrikverkäufer und fangen so gesehen erstmalig damit an so da winkt er schon den dussel so parken ja auch zu winken hier sehe ich doch schon so jetzt kommt das tut ja 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 das ist so gesehen ist mein büro hier manchmal ist das was zu hause machen kann mache ich hier im büro da kann ich so paar upgrades für die fabrik bauen oder kaufen hier sieht man so gesehen die preise was ist normal wie ist der momentan gestanden das ist so gesehen unser lager da werden die endprodukte gelagert und ja hier ist unser mit kuh wie man da oben sieht und ja das dauert ein bisschen das ist ein bisschen langatmig aber gut hier kann man dann die artikel kaufen bzw verkaufen das ist so gesehen die liste das da wo wir gerade waren um maschinen zu kaufen halt na und eigentlich sollten wir jetzt daher ja keine ahnung was ich da mit dem machen kann hier oben wie ihr seht ist es halt nicht richtig es ist zwar richtig übersetzt aber nicht in der richtigen zeile bei mir zeigte hat leider nicht sehr viel an denke mal er kann an prozentsatz erhöhen damit wir einfach mehr ja mehr verdienen aber gerade ziemlich hübsch gemacht schön so comics style sagt mal zu comic wie weiß ich weiß ich weiß ich in welcher wie man die grafik hier bezeichnet so jetzt können wir erstmalig alles aufstellen wir brauchen erst mal hier ja so dann brauchen wir das hier brauche ich die werkbank das sollte glaube ich so richtig sein so jetzt kann ich erstmal zu mir gehen ich weiß gar nicht ob wir genügend metall dabei haben wo es metall da normaler preis und 59 kostet das nur ja dann nehme ich das mal so ich kaufe das mal voll dann können wir die fabrik verwalten das heißt wir können die einheiten vergrößern das heißt wir kaufen einmal auf 40 name ändern firefly ink so dann rohes material wieder kaufen und jetzt wird es so gesehen automatisch produziert hier ist auch der markt welche sei mal wer auf welchem platz ist ich bin natürlich ganz unten werde das gedacht mit meinem momentan 17.000 dichter habe so gesehen finanzen die ich da auch habe da sind halt so gesehen der unbezahlte kredit abzahlen muss dann die täglichen kosten an kosten von strom zum beispiel mitarbeiter und so dass das zieht sich halt natürlich und hier haben wir produkte verkaufen so hier ist es rohmetall hier ist schon mal eine metallplatte und hier müssen dann gleich stangen kommen das heißt die verkaufen sich allein ja 100 109 dollar bringt aber nichts und hier war die metalltische in diesem bett 287 momentan das macht ordentlich zaster jetzt gucken wir natürlich wie weit ob die ja schon was am produzieren sind anforderungen metallproduktion metallrohr anforderungen metallstange war das falsche gekauft so jetzt erlebt genau und jetzt arbeitet er perfekt sobald der dussel das hat dann geht er hier an die arbeit und dann können die ordentlich mal lochen und rein theoretisch kann ich zu hause bleiben und nur sag ich mal das rohmetall kaufen kauf mal kurz sind immer ein 10er pack schauen wir kurz wie viel schon metallstangen vor ort liegen lager rohmatte damit hat platte ja auch schon mal fünf stück man kann natürlich immer mehr baum hat das ja auch holz und plastik hat man hier so eine anleitung hier unten so holzprodukte hat man zum beispiel und halt kunststoff aber so wie ich das sehe ist metall eigentlich das wertvollste und das wäre es eigentlich so für die erste kleine rundführung wie gesagt die arbeit jetzt alle automatisch automatisch sonst wäre es natürlich kein da ok das wäre natürlich kein simulator da werkelt er schön und so ein stuhl wie gesagt so bei 287 dollar ist halt schon mal eine hausnummer weil alleine welche einzeln verticken würde würde ich gar nicht in dem bereich kommen klar wenn man ein bestimmtes geld hat das heißt ich baue ich mache komplett auf metall ich kann natürlich jetzt so gesehen mehrere metall mehrere mehrere werkbänke also ist das so gesehen mal zwei ist ja logisch dass ich auch mehr geld kriegen wer hätte das gedacht und ja dort wird auch eigentlich erst mal ich guck mal kurz 287 habe ich bringt das ganze komme ich hier raus und bei 50.000 hier ich glaube das ist dann derjenige wo ich dann irgendwie an den produkten glaube ich 25 prozent mehr kriege oder sowas irgendwie sowas in der art aber sicher bin ich mir da nicht wie ihr seht arbeiten die komplett durch die bank ein stuhl haben wir schon mal 287 dollar ist halt nach hausnummer wenn wir jetzt zum beispiel eine metallplatte auf 129 dann bei dem da es ist jetzt wie etwas mehr aber lieber so als anders und klar man könnte entgegenrechnen hier wie sieht es aus mit den ganzen kosten und so weiter habe ich gesagt ich lass lieber metalltisch bauen als dass ich hier herum weil sonst könnte man auch den ganzen laden mit einer fabrik situation machen dann wäre es das auch da würde ich sagen wer ist es mit dieser kleinen ja ich sag mal test folge ich schon mal was noch so alles kommen wird die grafik wie gesagt die gefällt mir finde ich schön will ich immer so was exorbitantes halt man kann das hier glaube ich auch nach draußen einfach verlegen hier ist das lager ich weiß gar nicht ob das auch schon angezeigt wird dass die stühle vorliegen aber ich glaube ja da hinten sich zumindest ein stuhl ist unser stuhl okay oder sind fertiges nee das ist das fertige stuhl geil das ist nichts das heißt hier ist ein stuhl da müssten irgendwo die die röhrchen die stangen rumeiern die nicht da sind ich glaube weil ich schon so schnell dann verarbeitet werden und da sind dann ja das ist das ja geil das heißt wir könnten so gesehen mehrere stühle irgendwann mal rumfliegen das heißt ich gucke mal kurz in die fabrik wie wir schon fertig sind weil ane kann ich ja hier vorne gucken ich habe leider nicht vor ort im tablet um nachzugucken hier wo geht was wo geht wie wo geht jenes ich schaue mal kurz wo die stühle sind drei stühle habe ich das heißt hier sollten eigentlich drei stehen aber wahrscheinlich ist ein stuhl die jeweilige menge oder ab was weiß ich ich habe fünf stühle gebaut und da heißt es okay hier da kommt so ein zweiter stuhl daneben oder wie auch immer halt aber wie ihr seht läuft schon ziemlich gut aber schon mal drei stühle sind um die 600 700 dollar und ich habe gerade erst richtig angefangen also da ist halt schon einiges drin da kurz mal ein bisschen die werkstatt zeigen da ist halt nicht nicht allzu viel zu sehen hier sind wir ja draußen also ob da noch was kommt ob man etwas erweitern kann kein schimmer hier kann ein bisschen raus laufen so der hat war es eigentlich ne jetzt glaube ich muss er strom generatoris genau glaube ich müsste so gesehen das ganze sein ob es keine ahnung ja dann würde ich sagen gucken wir mal wie viel wir jetzt genau haben bei 287 da vier stück haben wir schon ich weiß nicht ob die morgen dann im preis fallen oder nicht bis jetzt sieht der preis eigentlich gar nicht mal so schlecht aus dass ich wahrscheinlich vielleicht doch verkaufen werde aber ich lasse es mal in ruhe arbeiten das heißt ich dürfe mit dem jetzt nach hause und ja dann würde ich sagen bedanke mich fürs dabei sein wünsche euch ein wunderschön prächtigen und ja wenn euch das video gefallen hat oder auch das spiel eventuell ne lasst gern mal ein abo oder ein like da und ja ich denke mal ich werde ab und zu mal vielleicht so in naher zukunft neue videos machen wie es danach keine ahnung xy aussieht halt ne die fabrik was man alles noch machen kann und ja da würde ich sagen wünsche euch ein wunderschön und sage jetzt schön mit ihr euer keuler ciao ciao